ha 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 lecker der war schön noch nicht starten don't start a race please don't start a race so beitrag bearbeiten was was willst du denn ich kann nicht wieder schon hören haha mein stream ist schon auf so willkommen zurück in der hockenheimring in germany 2016 wir sind der driver red bull und williams willkommen zum wunderbaren track und jetzt für shorty und phoenix pfb wir können sehr sehr schön fahren very nice for the truck und shorty braucht wieder 200.000 stunden bist du ja mal ey mach doch mal hin ey jetzt shorty mach doch mal jetzt shorty jetzt komm lass mal fahren endlich mann ich hab nicht ich hab nicht ewig zeit für den scheiß gelaber haha shorty we start the race now we start the race now stay out was machst du denn hier was machst du denn hier ich bin hier auf meinem herr ach keine ahnung ist mir wurscht jetzt hallo ist er labert ey so drive careful in der ersten corner look after tire good race mate good race okay good start good start for the bull driver ich hab Angst vor hültenberg es regnet es regnet ok rain 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 at the first sector rain at the first sector ich kann nicht das denn es hänger zu regnen halt das ist immer geil und die müssen vorne bleiben ne sorry wenn wir jetzt noch vorne bleiben ist ja regelmäßig einsetzt ich hab weich genommen war vielleicht darf man so lang mit ein bisschen harter ne wo hat man abgeschossen ey ohne witz leute ihr habt euch echt den falschen aufgesucht aber ich lebe noch wo bist du überhaupt warum warum 5 Minuten leichter regnen 5 Minuten leichter regnen exakt sorry in 5 Minuten ist leichter regnen ne light rain at 5 minutes light rain at 5 minutes be careful die größte track ist red tschuldig lachen alles so blöd fangen wir an rennen wuchs nicht ha ja da fahren wir richtig lang rennen jetzt und holl ich rum dritter hinter max schildern ich überhole ihn max schildern oh da bin ich auch aber ich lebe noch ich habe mich zurück gekämpft i fight back i fight back don't give up wo bist du denn du überhaupt der siebte darfst und williams du musst schon ein bisschen später fahren ne sich gar nicht ein hier alter was und bitte nicht die schwachen wieder abschießen oder die müssen vorne bleiben bis der Regen ansetzt. Hast du gehört? Oh! Very heavy. Ja, ich wurde abgeschossen von so einem Spasten, der mit Ericsson, Mann. Nee, aber ich wurde abgeschossen. Und ja, auch gleich mit. Ist schon mal eine weniger da. Die können einfach nicht fahren. Hey, Charlie White, du, eyla, gib mal ein Blue Flag, oder wie der Haft, du, Deppendor. Das ist gar nicht Sache. So schlecht, ich hab geschossen von so einem Ericsson, so einem Schwedischen, sonst was, eyla. 90 Kilo Benzin im Dank. Schau dich? Ja, ich darf mal so leise sagen, ich sage nichts mehr, aha. Na dann. Angst, Mann. Ja, du schiffst jetzt auch ab, der nächste, dann ist, ja, eine schmeckt in der schlechten, wie gesagt. Ja, Kobayashi ist schon siebter, übrigens. Ja, pff, dann. Boah, Kobayashi, warte, warte, warte wieder, kam, ich karte, ey. Ich sagte das. Boah, mit gewaltem Kobayashi vorbei. Jetzt kommt der Russe, Daniel Kwiat. Kwiat, Mann, Daniel Kwiat. Den schon, den schon, was? Ja, wieder Cut, ne? Einstunzner Zeit im Regen, aha. Boah, Alter, mit gewaltem Kobayashi vorbei, und jetzt ist Esteban Gutierrez. Mit gewaltem Kobayashi vorbei, Jan Gutierrez. Der nächste ist Jean-Erik Wehren. Ne? Sollte wieder so leise, weißt du, jetzt störe ich schäme. Basti, äh. Alter, dein Schandmaul. Dein Schandmaul, Junge. Er schießt mich, der Werner fasst ab. Du bist so eine Franzose, der ohne Scheiß. Geh mal weg von mir hier, von meinem Heck. Ja, weh, du schießt mich ab, ich schwör. Der ist der nächste Franzose, der eigentlich schon gestorben ist. Alter, wo bist du denn? Er ist schon vorne, vorne. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte fest in der Bianchi. Mach Platz. Jules, mach Platz. Der hält dagegen. Oh. Ja, Chilton. Bist du in der Box? Bist du in der Box? Da war ein Vogel. Ich schwör. Alter, da ist mir so ein Vogel entgegengeflogen. Mecklenunde 5, bitte Mecklenunde 5. Ich schwör auf alles. Das ist kein Witz. Mir ist ein Vogel fast in die Karte gefahren. Geflogen, meine ich. Ich schwör. Sorry, das ist mein Ernst. Da war ein Vogel. Der war schwarz. Der ist mir vor die Karte geflogen, Alter. Ich schwör auf alles. Da war ein Vogel. Ich kann nicht mehr fahren. Ich schwör. Du wirst sehen. Du wirst sehen. Du wirst es sehen nach dem Rennen. So ein verkackter Vogel ist vor der Schnauze geflogen, ey. Da war ein Vogel, ey. Ich schwör, Mann. Wahnsinn. Ey, ich hab das noch nie gesehen. Da war ein Vogel. Ja, ich find's auch krass, ne? Geil. Was? Hahaha. Schlaffehler. Was hast du? Hahaha. Ne, deutsch. So Spaß. Ich bin weitergefahren, ne? Mit so einem Lappen. Ich bin weitergefahren, ne? Alter. Der Vogel, ne? Ich schwör auf alles. Fünfte Runde. Merk dir die fünfte Runde, bitte. Ich glaube nicht, dass wir für die Strecke schon Intermediates brauchen. Jawohl. Ich hab genau nichts gemacht. Okay. Strategie ist gut. Pace ist gut. No, stay out, stay out. Be careful at the wet truck. Schöder hat's heiße gebaut wieder. Alter, ich kann's nicht glauben, dass da ein Vogel... Alter, ein Vogel ist vor mein Auto hinweg geflogen. Ich muss das hochladen irgendwo. Da kam da... Ich war statt vom Ziel, ne? Wo du in der Box warst, ne? Und auf einmal kam der Vogel von rechts angeflogen. Ich schwör... Ich hätte ihn beinahe mitgenommen. Aber jetzt ist, glaube ich, bald Zeit. Ja, dann gehst du so bald rein. Das ist bald viel zu früh. Der Vogel war da. Ja, Bottas ist dritter schon. Mein Teamkollege. Wir sind weiter gefahren auch. Aber der Regen darf langsam mal jetzt kommen hier richtig, weil sonst meine Reifen bald in den Arsch gehen. Scheiße. Ich verstehe nicht, warum du reingefahren bist. Echt. Wieso machst du denn so'n Scheiße eigentlich? Wieso denn das schon wieder? Äh. Ja, ich versteh mal, ob du reingefahren bist. Das heißt, dass du mein Rennsch anschließend zu Ende fährst, ne, musst du reinfahren. Was ist denn da spannend? Das ist aber dumm. Asch vor der Altsmaul. Was ist denn da? Ich möchte dein Scheiß. Ja, damit wir das Ding wohl aufhören jetzt. Wenn er jetzt 20 Minuten beginnt. Oh, schuldig, ey. Da hab ich ja wieder in den Rass gehauen. Ah, jetzt ist Bottas auf einmal zweiter. Unwährend. Aha. Die ganzen Schlechten sind weg schon. Oh, Bottas fährt aber richtig weg von dem, ne. Ja. Es hört auch keiner rein von dem holen sollen, ne. Das gibt's gar nicht, ey. Ja, ich kann auch schnell fahren. Auch Totten greifen. Aber auch nicht schnell, ne. Muss ich gucken, ne. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind, aber sie machen es nicht mehr und es wird schwierig für dich sein, sie auf der richtigen Temperatur zu halten. Die Intermediate sind bereit, wenn du sie brauchst. Ja. Das ist so ein Punkt. Die Intermediate sind bereit, wenn ich sie brauche. Aber die Frage ist, wann brauche ich sie? Alter. Das ist richtig scheiße. Ich weiß es nicht. Was ist denn die Pfaffende Zeit? Mit dem wir sie schon gesehen. Was? Das ist das Beste Auto. Das ist das Beste. Ich bin jetzt gefahren. 1,21m. Na gut, ich. Wir fahren weiter, ne? Übrigens die KI. Die Frage ist, ich muss noch an die Box, was mach ich jetzt gleich? Klaas, wie der Vogel hier vorbeigeflogen ist. Ich kann es nicht vergessen, ey. Ja, du bist zu sehen, ohne Scheiß. Unfassbar. Der Vogel hier gegen geflogen, ey. Und der war so tief, Alter. Der hat mir fast vor uns ins Visier eingeflogen. Was dann passiert hier, ey? Keine Ahnung. Jetzt geht es aber besser, glaube ich, oder? Ja. Entschuldigung, ich glaube, ich verlegen das. Entschuldigung, egal. Fahren die an die Box oder fahren die weiter? Die sind weitergefahren. Das ist wohl wahr. Aber wie gesagt, ich habe keinen Plan, warum du da reinfährst. Wo die Strecke total trocken war. Das sehen wir noch. Das ist schon selber ein Ei gelegt hier, ganz ehrlich. Mit der Aktion auf jeden Fall. Ach, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Ja, aber was wird denn jetzt? Kommt jetzt nochmal Regen oder wird es trockener wieder? Was ist das jetzt für eine Scheiße hier, Mann? Die sind weitergefahren. Oh nein! Nee! Aber ihr geht einfach in die Reifen aus, Mann! Jo, wenn schon... Oh, Scheiße, was mache ich denn jetzt dann? Ich muss ja bald rein, ich muss ja... Mein Reifen gehen kaputt! Vor allem bei dem Wetter, ey, super! Ja, ich trage den 20 Minuten leichter Regen. Boah, das verliert aber auch eine Menge Zeit auf mich. Scheiße, das ist doch Scheiße. Am Ende spielst du hier doch noch in die Karten. Und meine Reifen machen es nie mehr lange mit. Und das ist richtig, wenn die Strecke nass ist, ja? Es ist zu trocken, ich kann nicht reinfahren. Das ist aber krass für Dinge, ne? Es regnet, aber es ist nicht Zeit für Intermediate Reifen. Aber mit dem abgenutzten Weichen wird es langsam rutschig. Was, die kurbeligste Gerichte, ey. Was machen die jetzt? Fahren die weiter, oder was machen die? Mhm. Aber das ist eine Box gleich nicht mehr. Oh, boah, das ist eine Box. Ja, was nehmen die jetzt für Reifen? Scheiße. Was nehmen die jetzt für Reifen? Das würde ich gerne wissen. Das würde ich gerne wissen. Ja. 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 Die haben Interest genommen. Ja. Nee, ich wollte gerade wissen, weil das ja ein bisschen tricky ist, was hier abgeht. die kurven nicht mehr aber die blöde boxein fahrt hier ich habe sie einmal gut erwischt hier schenke kippt anzünden die schaffe ich jetzt kommt das ist alles komische wir sind dahinter dir so knapp war er kann ich was gesagt aber doch hat den mund aufgemacht ich könnte nichts was er meinte ja da hat irgendwas mit jetzt wegen wasser wasser verdrängen und ob es die richtigen reifen sind wetterbericht aha ist jetzt auch zu regnen vielleicht doch muss man es gehen boxen stop vielen dank vielen dank danke boxen stop fahrer hinter mir das könnte ein geiles rennen werden wenn man nebenbei regnet dann hört es wieder auf hihihi durcheinander ich habe zwei zuschauer hallo hallo halli hallo grüßt euch ja servus hobidere hehehe ich bin's der geister der franz wickenbauer aha die arrest ist jetzt deaktiviert aber die regn hört dann wieder auf jetzt bald ach was ist denn los ich weiß auch nicht ne ich glaube eher acht ne das wäre jetzt das dumm jetzt wie kann denn der reifen so schnell kaputt sein das kann ich mir nicht vorstellen ja aber ja aber so schlimm wird jetzt nicht ausschauen ja gelb ja ja aber nur gelb wenn es gelb ist dann kannst du noch fahren auch damit wenn er erst wenn jetzt das wasser immer mehr wird dann kannst du noch fahren aber wenn er gelb ist dann kannst du noch nicht rein gehen wenn er orange rot wird dann kannst du reingehen ja da kannst du immer noch auf vielleicht auf trockenreifen gehen wenn es eher aufhör zu legen wird da noch nicht wenn er geld ist was du nicht eingehen das ist ja gar nichts mehr gelb muss schon überlegen ich habe die strategie aufpassen finde ich auch immer ganz schnell und jetzt lange ist der massen stopp extra und der bot aus zurück was soll jetzt ja krass es wird aber noch schlimmer glaube ich bin jetzt wieder aufhört vielleicht noch mal was ich habe keine ahnung ich habe schon mal ohne gehabt ich dachte ich starte bei trockenreifen und dann fängt es an zu regnen in der ersten runde nicht schlecht du bist auch nicht viel langsamer als ich ne obwohl ich frische reifen habe übrigens oh ich muss wieder auf prinzipanagement achten ich habe wieder plus 2,8 ich sollte vermeide die kerbs vermeide die kerbs was ist denn schon der lustige gedenken du hast schneller der auto im trockenen alter also der ist mir hier vor die karte geflogen unfassbar eigentlich aber was ist denn jetzt kaputt die sind rennen hier oh mein gott da hast du gesagt ich weiß es nicht doch es wird es wird schon trockener oder ich weiß es nicht die wolken sind weg teilweise ich habe keine fach ich rutsche heraus ich kann das ein schimmer ja also wetter bericht interessant was abgeht ich weiß es ist der elixen der mich von abgeschossen hat hält er mich hier fast wieder auf der scheiß schwede man verpiss dich doch mal hier ja interessant auf jeden fall ja interessant auf jeden fall gefällt mir das sind genau die bedingungen da fahr ich doch ab du kannst du gar nicht mehr reden du kannst sogar im boxen stop planen aber da musst du irgendwas sagen und dann musst du noch mal was sagen und dann musst du die reifen aufrufen und dann musst du die reifen ansagen ich glaube du musst dann boxen stop sagen und dann musst du nochmals ein menü aufrufen und dann musst du die reifen ansagen boxen stop primes aufziehen ok primes bei mason boxen stop was gell? hat geklappt ja geil nice, oder? nice, oder? nice, oder? mmh mmh äh, das ist die Zeit äh, 78 Warte ab, der war exakt in 10 Minuten und ist gerecht schon frei, oh das ist noch eine Box, hab ich gar nicht gesehen. Rostbeck auf Pi 9, ich hab die RS auf Rostbeck, also Rostbeck hat weiche Reifen genommen. 45. Boxen Stopp! Das Boxen Stopp Fenster. Das machte wieder Boxen Stopp Fenster. Ich muss selber einstellen jetzt. Boxen Stopp! Option aufziehen. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Deine Mutter! Ich mach's doch an der Strategie, ich geh' doch weich. Schuss, 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 schuss. Schuss, 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 schuss. Genau. Und die müssen wir mit allem recht hin hier. Woah, ich hätte fast eine Linie überfahren bei der Ausfahrt. Oh, bitte nicht! Bleib hinter mir! Bitte nicht! Ist hier laut der Vögel, weißt du? Soll ich lachen. Ist aber echt so. Woah, hab ich einen schlechten Top Speed. 317 oder so. Ja, auf mich hast du gar nicht viel verloren. Ne? Entschuldigung, ich muss heißen. Ne? Entschuldigung, ich muss heißen. War auf 9. Mein Top Speed ist fürchterlich. Ah, ha. Und mit seiner Wissen, Wissen wieder. Und das ist eine DOS, komm ich noch auf 324 oder so. Red Bull, äh, schon immer 2014. Jetzt geht ein bisschen vor so einem Scheißweg. Wissen hier. Ich bin hier. Und hier ist es ein bisschen hier. Ich bin hier für gerade hier. Ich wollte fürchte. Ich würde mich. Ich werde mir auf diese Grenze. Ich hätte es so etwas anderes irgreffen, wenn ich, wie ich würde mich. Es ist los. Wenn ich den Potenzialadares will, Soll ich mir mal auf diese Grenze. Es ist ein bisschen nicht. Es ist mir sehr wichtig. Ich würde mich einfach, Ich habe mich. Aber in der Lenkung ist halt der Red Bull echt geil zu fahren. Sie gucken so schön mit dem. Das war das beste Auto. Fahrer hinter mir. Das habe ich nicht verstanden. Noch mal bitte. Das ist ein bescheuertes. Fahrer hinter mir. Über 15 Sekunden Abstand zwischen euch. Anders gut. Halt schmal. Ich lache. Scholl. Wird gebissen hier. Geh weg. Hier beißt was zum Arm. Deine Mutter. Das ist auch natürlich gut. Wetterbericht. Was? Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lass es dich gleich wissen. Was? Es sollte nicht regnen. Aha. Es ist wieder Konterne. Schwuchtel. Du kannst nicht mehr. Jetzt fahren nicht mehr. Ich muss jetzt mal fahren. Ich muss jetzt mal fahren. Ich muss jetzt mal fahren. Beträgt über 15 Sekunden, das Boxenstopfenster öffnet sich in 2 Runden, 2 Runden. Wir haben nur 45 Rohren vor uns. Treibstoff! Wir fahren gerade mit 4 überschüssigen Benzin. Versuch es zu verheizen, um die Last zu reduzieren. Treibstoff! Ach, ich muss das Ding anmachen, gell? Nicht vergessen. Schau mal, du holst auf. Ja, für mich ist es eine Ausbildung, ich habe keinen Job für das Auto. Ich habe zwei Zuschauer, hallo? Hallo, ihr Zuschauer, servus, servus! Aha, 16,8, dann bist du eine Sekunde schnell gefahren als ich in der letzten Runde. Okay, okay, Phoenix, zu Shorty. Der Fahrer hinter dir und der Williams ist schneller als du. Der Williams-Driber ist schneller als du. Der Williams-Driver ist schneller als du. Aha, okay. Du musst Benzin verbrennen. Bianchi ist 8er übrigens. Ja. ja bianchi xp 8 bianchi xp 8 wo es den pies ja was denn schon die ganze zeit auf die ganze karten anscheinend ich steck mir ganz überschritten merkt ihr runde 5 wir müssen uns den vogelmann gucken merkt er runde 5 alter welcher steckt da er dreckstvogel alter du shorty is cutting very hard at the truck du shorty is very cutting hard at the truck charlie look at the williams driver what he's doing he's cutting the truck man shorty ist am abkürzen shorty ist am abkürzen ich bitte um darum nachzusehen wie der williams fahrer fährt vielen dank boxenstoppenster danke ich habe gesagt dass du leise bist auch mal wie du aufhörst ich muss gast gehen ich muss pusten ich bin jetzt mit der nummer eins Der Lettpol ist halt kurven ein perfektes Auto. Oh, was hat er denn da gemacht? Oh, was hat er denn verloren? Haben wir wieder einmal so geklärt jetzt. Ach schon. Du musst wegfahren. Und nicht immer in die anderen Reihen. Ja, du bist für Spastika geworden. Und schon wiederholter wird auf ein bisschen. Das gibt es doch nicht. Schaut mich schnell. Wenn ich jetzt noch einmal Verwarnungen lese. Ja, du kannst ja auch sehr viel schneller. Denk dann, du bist letztes Mal DSQ. Zum Beschluss du Spast. Ja, wenn du das machst, dann verpacken ich mit dir nicht mehr. Ja gut, dann schau. Ja. Da sieht sich. Wir streamen, ne? Schmuchtel, ey. Kannst du den Kuss deiner Mutter geben, ey? Hör auf damit. Hör auf damit. Wir streamen, du Schmuchtel. Oh, Shorty. Hör auf damit. Hör auf damit. Oh, Alter. Du bist doch ein Wichser. So ein Spast, ey. Alter, wie mein Daumen leiden muss ich hier in den Kurven, ey. Das ist echt übel. ich bin jetzt wieder rostberg er ist sechster aha mit mir der pool aha er ist hinter pierres der kommentiert nicht vorbei was mir viel lauch ja ja rostberg hallo perez ich habe genug aber warum das denn alter mir pflegen hier federn entgegen was denn los erst der vogel an fehler ziehen und ich kann mich dann doch kaputt fahren daher auch zu husten das ist das kaputt oder was du bist so ein honk wie kann man sich kaputt fahren bei überrundeten ja und da musst du da musst du bremsen da musst du bremsen junge du spaßt man halt doch dein maul hier in deinem teil rum du spaß immer fahren steig auf dem auto auf die strecke auf und gut ist als maul spaß ist man aber meistens scheiße das leben fahrer hinter mir machst du immer das renn kaputt du bist ja mit ja was auch du weißt wenn jetzt wird nur so weiter was mache ich aber hier auf dem scheiß ja stecker im bock anscheinend bist du es gelöscht habe ich schon längst hoch geladen also dann kannst du löschen was du willst man kann ich meine stimme auch hören ja wer mir ist auf 4 ich werde das super gemacht ich bin richtig gelaufen ich bin auch gelaufen ich bin auch gelaufen ich bin auch Tja, ich wär immer so. Du bist schwul, du hast mit dem Scheiß angefangen, du Homo. War dein Rennen zu Ende richtig und gut ist? Nimm mal fahren, Junge, du Spast. Boah, gebupst alle. Boah, der war nice. Nice Furz, nice Furz. Boah, der stinkt! Oh mein Gott! Boah, ich fang echt die Nasehade ab. Boah! Boah, ist es abartig. Hör doch auf, ey. Boah, ist es ein Atombomberler. Boah! 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 Oh mein Gott! Vier Zuschauer! Hallo! Servus! Guten Abend! Moment! Kommt zu FIFA Town! FIFA Town, gerade teamsfrei momentan! Genau! FIFA-Town.de Genau! Ne, das waren wir mal! Ne! aha das waren wir mal alles was war war was ich bin harter ja sehr gut das hat 20 runden und dann mal weich gelaufen du fährst jetzt hart bis runde 51 22 und dann beendest du mit weich du kannst aber noch ein bisschen hinziehen ich bin schuldig mach wieder weg schnauze du gescheitst kind du bist ein spaß das habe ich dir jetzt nicht mal die hälfte durch ich bin schuldig habe Angst vor nico ich weiß nicht aber die haben deine freundin anpackt ich bin schuldig habe Angst vor nico jetzt kann er alles sehen ich bin schuldig okay ich werde das raus kopieren und dann eben schicken naja auch wenn er nicht mit mir redet das passt ich bin schuldig habe eine sexaffäre mit nico naja meistens ja das müssen wir kommen ich werde denn überhaupt ich bin schuldig habe eine sexaffäre mit nico aber ich bin schuldig ich bin ich bin schuldig habe vornaschen nico ich habe gegen das 6 fahr doch vor mir fahrer hinter mir Bottas hinter dir. Etwa 50 Gößsekunden Abstand zwischen euch. Dann bist du es. Entschuldi, habe mit Nico Eda eine Sexappjärde. Als Mauluspaß zum Luder. Geh, Nico ficken, um gut zu sein. Junge, du Schmuckl, ey. Ja, das passt zu dir, zu Nico. Beide schwul. Schwulen durchgeknallt. Oh mein Gott, ey, ich spreche zusammen hier gleich, ey. Ja, er hängt in Kiesbett an der Box. Erstmal schnell eine Rauchen. Und eine Schrauben. Ja, nix. Dich, zuerst. Ja, wir schauen. Ja. Was ist klar, was du denn da? Schau das Maul, hörst du? Ja, Mann, echt. Hörst du? Ja, Mann, Mann. Spastel, ey. Du bist ein richtiger Schwuler, bist du geworden, ey. Weil ich schwitze hier. Ich bin shorty, ich muss nicht auf die Sexte zangen. Was? Ja, du siehst dann, ey. Krass. Schau das Vogel, ey. Ich war, es war, ja, ich muss nur dahin zurückspulen. Letzte Kurve, Start und Ziel, Runde 4. Also der Post zur Runde 5 geht. Ich weiß sogar genau, und dann, alter, so krank. Was ist denn da? Die Biopa hat in mir nicht so den Spast. Oh mein Gott, heute bist du so ein süßer. Jeder. 56 Zuschauer. Tja, ha, ha, ha. Was sind wir? Okay, Vince. Hey. Hey, Ina. Ruhe da. Ruhe auf den billigen Plätzen da, Ina, ne? Geh in deinen Kindergarten. Äh, sie kann ja über ein Handy, glaube ich, sogar Stim gucken, ne? Und mit hören. Gehen wir nicht. Hey, ich hab wirklich im Vorgang gesehen, du Spast. Wer mir nicht glaubt, schon wieder diese scheiß Nazi-Kopf, Alter. Ich muss ja sagen, dass, äh, dass 156 Leute, die der Stimme gehört haben. Schau, das bleibt mir weggelaufen. Tschüss, Freunde, hab Angst. Schau, das ist ein Gewicht. Du, Gött, Waddaaann. Finny war der Jung gefährdet. Mein Sick entgegen, hoffentlich. Aber kann auch so passieren. Ja, ich hab hart genommen. Also, das wird das von Rennen. Ich wollte weich nehmen, ich bin so blöd. Ja, Mann. Nee. Nicht wirklich. Nee, weil dann, nee, weil dann fängt es erst an, bis es wieder nass wird. Eben nicht. Ja, manchmal, manchmal. Manchmal, 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 ja. Manchmal, nein. Manchmal, wenn du wieder laberst den, dann mach ich mal. Ja, ich steck dir deinen Dildo in den Arsch und gut ist, ey. Okay. Oh mein Gott, ey. Ist du schwul, Scholli, ich bin. Okay, wir haben, 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 wir haben LED, 15 Minuten, zum Light Rain. Standby. wetterbericht also wenn wir hier das spiel so sinnlos fahren so tausend mal was ist man mit dem anderen spiel dann ja wenn man schon aus tauschen den daten was du gemacht da was hast du da anders gemacht wenn man spaß haben naja aber kann er hat nichts mit mit online fahren zu tun das wird er beeinflusst durch die entwicklungen und dann fahren bleibt alle gleich haben wir gleich eigentlich vergisst das man nicht deswegen müssen wir auch ein paar online rennen hinlegen vielleicht haben die auch hoch mit eingebaut haben nichts gesagt ich muss mal gucken ob die damals für das 2014er auch irgendwas angekündigt haben mit koop ich hab's mir nicht geholt weil ich hatte keine ps4 mehr das kann man für ps4 raus das war's nicht jetzt eine auf die pizze Fahrer hinter mir. Das konnte ich nicht hören. Wiederhole es bitte. Fahrer hinter mir. Masse liegt hinter dir. Etwa 40 plus Sekunden Abstand zu schreien. Er muss schreien. Noch 28 Runden. Leave me alone. I know what I'm doing. Leave me alone. I know what I'm doing. Wiederhole es bitte. Der Funk stört. Don't talk to me. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Nix. Kannst du das wiederholen? Wir hören nicht schlecht. Nein. Oh Gott ey. Ich bin der Kapitän. Er wartet auf mich. Ein Movie für Daten. Aus dem Moment bin ich weg. Aber direkt. Du siehst das. Du musst ja in meine Stimme reingehen und gucken. Wie gesagt. Fünfte Runde. Du kriegst gleich mal Seebein auf die Schnauze. kami Prozent. Ja. E Jan S morgens. Fünfte Runde. Kinze. boxen stopp intermieter aufziehen intermieter aufziehen ich verbrens aller und es nicht schlecht boxen stopp Boxenstopp! Du hörst 11 Ohren, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Was ist denn das? Der sagt ja noch Boxenstopp! Boxenstopp! Ach, leck mich am Arsch! Hier, kein Bock mehr! Habe ich das mal in Rörer gestellt! Bist so blöd hier, ey! Boxenstopp! Intermediates aufziehen! Alles klar, Bro! Intermediates aufziehen! Okay, bei nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Intermediates auf! Thank you! Lappen, ey! Ne, 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 alles klar, war nur Boxenstopp! Du musst jetzt nur sagen, warum! Bist du sicher? Bist du sicher? Oh, ich hab das für den Benzin am Wohr! 3,7! Bist du, ich sag einfach Intermediates! Ich kann nicht mehr, ey! Ich bin Johnny! Ich rufe den Funk rein! Intermediates! Du bist ein Spaß! Hallo? Was? Hamilton! Wie bitte? Die Verbindung reicht ab! Hamilton! Wo ist der? Das konnte ich nicht hören! Wiederhole es bitte! Wenn du das nicht hören kannst, dann frisst Dreck! Wiederhole das bitte! Der Funk stört! Frisst Dreck! Frisst Dreck Boy! Der Funk rauscht! Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, der Funk rauscht! Kannst du das wiederholen? Wir hören nicht schlecht! Was? Wie viele Sekunden? Bei mir noch nicht! Bei mir noch nicht! Bei mir noch nicht! Aber jetzt erst! Was? Intermediates aufziehen! Okay! Bei deinem nächsten Boxenstopp ziehen wir die Intermediates aufziehen! Entschuldigung! So blöd! Echt, ey! Wir sind so dumm! Wir können eigentlich wieder geschlagen werden! So eine Blödheit, alle! Ohne Scheiß! Und dass jemand hört, ey! Der uns kennt! Oh mein fucking Gott, Junge! Bieso ich kenn den ein, was der labert! Das hätte ich so an mir so! Oh ja! Lass mich kennen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Das hast du nicht gesagt! Nein! Nein! Das hat er jetzt nicht gesagt! Nein! Das hat er nicht gesagt! Du bist doch so ein Lauch. Der labert, der hat doch mal dein Maul jetzt. Umfassbar Junge. Ich werde alles auf Facebook hochladen, alles was du gerade sagst, alles poste ich man. Ich mach das, das ist mir scheißegal, es ist zu spät schon. Was? Ja, wenn ich alles hochladen, die ganze Sprüche hast du gerade labst, dann ja mal die Gips, ey. Oh mein Gott, ey, kann nicht mehr. Ich werde dich markieren im Facebook, Junge. Ich werde dich markieren im Facebook. Mach dir doch mal so einen zweiten Account, wo ich dich einfach markieren darf wegen der Scheiße, wenn man so eine Session fahren oder irgendwas lustiges. Ja, ich habe immer noch die zweiten. Ich darf mich nie markieren, ey. Da machst du halt Martin Roy Staunen oder du Scheiße. Das ist mein Name mit Partnerbörse, ich glaube ich spinne, ey. Ah, Schohdi! Oh, das hast du nicht gesagt! Das hast du nicht gesagt jetzt, Alter! Ah, Junge! Ja, ich werde alles hochladen und dir auf den Pinn mal posten, ne? Immer so nebenbei. Hm, du Schwuchtel, ey. Ohne Scheiß. Ah, ich hab da wirklich so viel Benzin an Bord, das ist doch scheiße. Ich hab 3,6. Scheiße, ja, ich bin standaufgefahren die ganze Zeit. Nur am Labern war hier und dann, ja, hab ich den Salat. Was, schon in der Box, so hinter mir geht's? Langsam. Boah. Oh Gott, ey. Er läuft bei mir, ne? Ja, es kürzt sich hier ab wie so'n Lauch. Fahrer hinter mir? Das wird schon ziemlich nass hier. Nass, okay. Anders tut. Oh, wollen wir es mal sehen mit dem Ring beenden, oder was? Oder wenn wir nochmal trocken, den ist am Runden. Egal, was du tust, fahr noch nicht rein. Fahr nicht rein, weil sonst musst du gleich nochmal, wenn du wieder auf Trockenfall fährst, dann musst du wieder rein. Ich hab's mal schon erlebt. Und das tut. Verwarnung, ja, ich bin aus dem Basketball, mein Gott, es ist nass, es ist feucht. Oh, das war jetzt aber ein Lutscher von mir, oha, aber es ist zu früh, das habe ich nur mal die Reifen abgenutzt, aber die Reifen haben keine Pädatur mehr, und das tut, so, ich mache ich mal, geht grösschen, das ist von der Box raus, die fahren wieder weiter, ne? Anna, die fahren weiter, was auch denn schon wieder? Kannst du bitte jetzt einmal zu Ende fahren, richtig, weil dann hast du ja keinen Bock, okay, die ist gut, dann fährst du ja geradeaus, bla bla bla. Oh Gott, warum bist du da reingefahren jetzt? Es ist noch viel zu trocken, schweiz, Mann. Es wird keine Sau rein, was machst du denn? Wieso bist du jetzt da reingefahren, ey? Bist du nicht, was du für'n Scheiß immer machst? Es wird trotzdem bestimmt nicht, wann du da schon angefahren bist, jetzt. Ach, halt's Maul, Mann! Schwuchtel, ey! Hallee, hh, helay, la alla alla. Schmollingee, echt, ist das nicht lustig. Mich Jens neben der Chordel Она immer ne Scheiße. Ich spitze mir einen ab, bitte fahr jetzt zu Ende, ich sag dir das, ne? Hier, Christian? Oh, Shorty! Oh, du Shorty! Oh, Martin Reusch aus Stur! Oh, ja! Martin Reusch aus Stur! Man City Fan, Bremen Fan, Rostock Fan und Barca Fan! Martin Reusch, merkt euch den Namen! Reusch Martin! Reusch Martin aus Stur! Dunge, Dunge, die meisten wissen, die meisten wissen, wo ich herkomme! Martin Reusch aus Stur! In Bremen! Möchtigen Nazi! Wir wissen jetzt, wo meine Wuchse raus! Die fahren weiter! Aha! Die fahren weiter, ne? Scheiße! Ich kann auch nicht mehr fahren, Alter! Die Reifen sind down! Ich fahr jetzt rein, was soll's! Ich muss jetzt auch nicht skieren! Oh, der ist hier drin! Box ist lab. Viči, biči! Kuci, kuci, ba'm Windien! Tritt schnacken? Tritt schnacken? Tritt schnacken? O ja! O ja! Okay, okay. Bitte zu Ende fahren, Mann. Hast du nicht verstanden? Hallo? Warum? Was? Das habe ich nicht verstanden, nochmal bitte. Ach, Schordi. Als ob da jemand hin und ich habe verfolgt. Ja, ich bin Fini aus Pan City. Aus Passauerstrasse. 26, Alter. Kommt vorbei. Auf eure runden Ei. Schordi. Aus Stur. Er macht einen auf Stur. Genau, weil du ja... Das ist ja die einzige Mathe, der durch Stur geht. Jetzt darfst du mal auf, wenn dein Gelaber, das ist... Hast du Angst, oder was? Schon ab Angst. Ach, ja. Aber du davon mit deinem Küsschen... Das machen wir schon, oder was? Ja, warum ist das was anderes? Wenn du mir hier im Stream Küsschen so spammst, sag ich schon. Das erlabert. Fahr da hinter mir. Was? Alter, ich schlitz mir die Eier ab. Oh Gott. Oh Gott. Ach, schordi. Mach doch gleich noch viel ernst. Verstehst? Geh in die Ecke und weine. Genau, weil da jetzt genauso viele Leute zuschauen, dass wir morgen noch 100 Leute vor der durchstehen. Die sind ja so berühmt. Ach, schordi. Ach, schordi. Aber das ist so'n Scheiße, Mann. Dass wir ihm Nico oft gesagt haben, Alter, damit dann... Na. Ich hab Angst, dass wir mich gleich zu besuchen. Ja, genau, weil jetzt einer von deiner Kippe, von deiner Arbeit als Zuschauer, weil wir jetzt hier vom Rhein fahren. Ach, Datenschutz, genau. Haha, Datenschutz, ich nahm mich tot, Alter. Ah, ja. Was soll'n der Scheiße jetzt? Hä? Was ist denn daran jetzt Scheiße? Boah, die ganze Woche übertreiben grad, ne? Unfassbar. Oh mein Gott, so ein Spiel von der war ja ohne Scheiß. Wahnsinn. Na, lächerlich grad, Alter. Ja, ja, natürlich kann ihn jeder angucken. Ja, so schlimm. Ja, so schlimm. Ähm. Ja, gut. Dann brauchen wir gar nicht mehr fahren. Dann brauchen wir gar nicht mehr fahren. Mal jetzt ein Haustier. Auch ein Zuhause. Open das von Frau Zürgen. Ich hoffe. Wir bei tener etwas.. Aber wir apprä eleven vom Rennen. deformation Eso.